Vorspiel gegen Manchester Der Kapitän der französischen Nationalmannschaft Hugo Loris ist betrunken am Steuer seines Autos erwischt worden. Danach muss der Weltmeister mehrere Stunden in einer Zelle verbringen. Hugo Loris, Kapitän der französischen Fußballnationalmannschaft, ist in London betrunken am Steuer seines Autos erwischt worden. Weltmeister Torwart Hugo Loris wurde in der Nacht zum Freitag bei einer Verkehrskontrolle im Zentrum der britischen Hauptstadt gestoppt. Wie Scotland Yard mitteilte, sei bereits ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit am Steuer eingeleitet worden. Loris wurde gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt und muss am 11. September vor einem Gericht in Westen-Inster erscheinen. Laut einem Bericht der Zeitung des Herrn musste Loris sieben Stunden in einer Zelle verbringen. Die Festnahme erfolgte drei Tage vor einem Spiel seiner Mannschaft Totenheim-Hotzperr gegen Manchester United. Liebe Leserinnen und Leser! Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leser-Debatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team Wer habe eine Monat我们 in der Hand mir ver guidance! Er sch 편ige